Hallo, ich bin Maximilian Brückner. Ich spiele den Basti im Film Rubbel die Katze. Ich weiß echt nicht. Das war schon. Das war schon. Was für eine Scheiße, Mann. Ich habe nicht immer das Gefühl, dass ich arbeite. Ich habe Angst, dass ich irgendwie Geld zurückgeben muss. Das macht einfach echt Spaß, der Tag. Ja, siehst du ja, was rausgekommen ist. Saufeindig. Ja, ich habe eine super Maskenbildnerin, weil ich jeden Tag meine Verletzungen in den Runden, die ich mir selber zufüge, wieder wegmachen muss. Ja, komm her, du Vogel! Ja, ja, wir kommen. Es sind lauter Kinder, die da oben im Kinderspielplatz sind.